Ich habe jetzt gerade im Moment gesehen, dass auf dem YouTube-Kanal von Netzwerk Bibeln und Bekennen ist dieser so berührende, wirklich starke Vortrag von David Bennett zu hören ist, den er auf einen schönen Blick gehalten hat am 23. September. Und ich habe an anderer Stelle ja schon auf diesen Tag hingewiesen. Ihr könnt jetzt alle diesen Vortrag anhören. Bitte nehmt euch die Zeit, hört euch das an, was David Bennett zu sagen hat und lasst es euch zu Herzen gehen. Mich hat es an dem Samstag echt so unglaublich bewegt und ich finde das so stark, was David Bennett berichtet. Also hört es euch unbedingt an, nehmt euch die Zeit, klickt einfach nicht nur rein, sondern schaut, wann ihr in Ruhe diesen Vortrag euch anhören könnt. Ich verlinke den Vortrag unten und wünsche euch da wirklich gottesreichen Segen.